Servus zusammen. Ich bin wieder in Deutschland. Draußen regnet es. Es ist etwas kalt, aber es interessiert mich heute nicht, weil heute habe ich ein saugeiles Auto zu machen. Für mich ist es eines der geilsten Autos, ist Geschmackssache. Wem es gefällt, der liebt halt dieses Auto. Der bekommt heute eine Stufe 1. Was es ist, seht ihr da? Ein geiler G63 AMG mit einem Brabus Bodykit. Er hat eine Verbreiterung. Er ist ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Ist ziemlich gelungen. Wenn man vergleicht zum Serienauto, ist meiner in Serie. Was Brabus da gemacht hat, sind halt so kleine Details, ein bisschen breiter. Also ist schon gar nicht mal so schlecht, würde ich mal sagen. Die Abgasanlage ist anders. Ja, dann hat er schöne 23 Zoll müssten sein, oder? Oder 24. Was hat er denn drauf? 24 Zoll, haja. Was mir aber von dem Kit am meisten gefällt, ist die Haube vorne. Da bin ich am überlegen, muss ich mal den Darius anrufen, dass er mir dann einen guten Preis macht für die Haube, weil der sieht echt saustark aus wie mit dem Carbon-Dorfer mit drauf. Dann fangen wir jetzt mal an. Jetzt messen wir den mal. Wir machen eine Eingangsmessung. Wir messen die Zeiten mal und dann machen wir die Software. Gucken wir, was rauskommt bei der Stufe 1. Also, los geht's Pipo. Machen wir. Fangen wir an. Sieht schon gut aus, ne? Schaut euch mal den Himmel an. Fast wie Rollsucker ist. Dann fahren wir mal los. Sport Plus natürlich, gell? Ist auch gut gemacht. Seht ihr das hier? Zack. Kommt vor. Drehen. Zack. Sport Plus. Was wir auch reinprogrammieren werden, ist ein bisschen Schubabschaltung. Das heißt, in Serie hat er das ja eigentlich gar nicht. Ja? Und dann machen wir eine leichte Verzögerung rein. Dann wird sich das sehr gut anhören. Aber jetzt messen wir erstmal den Original. Oh, Schaltpedals in Carbon, ne? Auch nicht schlecht. Ja, so der, der Sound ist schon mal anders wie Serie wie dem Brabus Ausfuhr. Fühlt sich Kernjäger an. Hat er schon Umventile drin, oder was? Offen. Hört ihr das? Das ist so geiles Auto, sag ich euch. Also, vom Fahren her, das ist Wahnsinn. Der Alte, der hat sich gefahren wie ein Scheißhaus, ja? Da bist du gefahren, 120, auf der Straße, da kam die Kurve, hast du eingelenkt. Das Ding ist immer noch geradeaus. Dann hast du dreimal einlenken müssen, wie es überhaupt gelenkert. Und der Neue ist so geil gemacht. Das Ding lenkt einfach. Wie ein normales Auto. Und für zweieinhalb Tonnen Gewicht, sag ich euch, geht das Ding gar nicht mal so schlecht. Ja, also... Mir gefällt das. Das ist gut. Und Bibo, was meinst? Windgeräusche sind schon hart, ne? Ja. Also wir fahren jetzt hier 120. Das ist ganz schön laut, aber ich glaube, das Geräusch... Also mein Auto ist nicht so laut bei 120. Ich glaube, diese Lichter da oben drauf, die erzeugen ein sehr, sehr lautes Geräusch. Weil bei mir ist nicht so laut mit 120. Sieht zwar gut aus, aber man hört es doch. Und wenn ich die Software gemacht habe, dann wird sich das Ding richtig gut anhören. Das würdet ihr dann nachher sehen. Ja, ja. Da guckst du. G-Klasse. Gerle. Ja, so eine G-Klasse sieht man nicht häufig hier bei uns im Ländle. In Abu Dhabi natürlich permanent. Das ist, glaube ich, der meistverkaufteste AMG. Ist, glaube ich, G63 in Abu Dhabi. So Pipo, dann machen wir jetzt mal die Messung, hä? So. 0 auf 100, 5,0. 100 auf 200, 14,6. Das geht besser, sage ich euch. 5,0. 0 auf 100. Naja, zweiehalb Tonne immerhin, ne? Und der schwere Pipo ist ja auch an Bord von daher. So. Eingangsmessung hier sagt 602,4 PS und 897,3 Newtonmeter. So, jetzt machen wir uns an die Software ran, bearbeiten die Software, spielen die dann wieder rein ins Auto und dann testen wir wieder. Das ist ja ein ganz neuer 2020 mit OPF und da funktioniert die Funktion über OBD auch nicht. Das heißt, wir lesen direkt am Motorsteuergerät aus. Ich habe hier extra einen Stecker, das heißt Stecker drauf, verbunden mit Laptop, wird komplett gelesen. Vorteil hier ist, ich habe dann ein komplettes Backup, ein Klon und kann das jede Zeit zu 1000% wieder auf Serie machen, sodass es Mercedes nicht sieht. Dann machen wir mal die Software für den G63 fertig. So, wie wir wissen ist der 8,5 verdichtet, das heißt sehr zündwinkelfreudig und ladedruckfreudig. Das ist jetzt der Serienzündwinkel bei Volllast, da wieder 15 und dann oben rum 18 Grad. Und ich stelle das hier ein auf 24. So, warum? Weil er das kann. Und hier haben wir dann praktisch die Vorgabe von der Sollfüllung. Sollfüllung bedeutet dann Umrechnung auf Ladedruck, je nachdem was für eine Zündung, Temperaturen, werden alles berücksichtigt. Und danach versucht er diese Sollfüllung zu fahren, das ist ein Vorgabewert, wo ich sage, ich will hier diese 226% zum Beispiel bei 4000 Umdrehungen fahren und die versucht er dann anzufahren. Und je nachdem, ob es klingelt oder nicht, wird er das dann packen. Ja, auch ein wichtiges Thema beim G63 ist Lambda-Bauteile-Schutz, das heißt auch hier gehen die ziemlich fett. Ich zeige euch das mal. So sieht es aus. Da müssen wir das umrechnen in Lambda 6. So, ich habe das jetzt festgemacht auf Lambda 0,82. Wenn ihr mal seht, was hier im Original steht, Lambda 0,73. Da fasst sich normalerweise jeder an den Kopf, also Wulsprit braucht kein Mensch. Und deswegen verbrauchen die Dinger auch wie zau. Also vermute ich auch, dass der Verbrauch jetzt auch runter geht, weil 0,73, das braucht man echt nicht. Und was der Kunde natürlich auch wollte, was ich bei den 63er auch immer mache, ist natürlich das Knallen. Ja, das Schubknallen. Das sind hier die Kennfelder. So, die habe ich da natürlich schon gemacht. Das sind dreimal hintereinander, natürlich noch im Sportmodus. Und in Serie ist das jetzt auf Dezimal auf 4. Und bei 10 weiß ich, ich müsste die Umrechnung raussuchen, aber 10 sind so 1,5, 1,6 Sekunden. Und das ist dann die Aktivzeit, Sound-Aktivzeit nennt sich das. Und dann haben wir das auch da drin. Dann haben wir hier praktisch, in keinem Feld, 8x8, 8-Bit. Das setze ich hoch auf 255, beziehungsweise mache ich aus. Das ist die Überwachung, das heißt eine Steuergerät-interne Überwachung auf Ebene 2, damit das Steuergerät checkt, wie viel Drehmoment kommt, was darf ich machen und was ist die Schwelle, die ich mehr zulassen darf, als in der Ebene 2 drinsteht. Da wir in der Ebene 2 natürlich nichts verändern können, muss man hier die Schwellen hochschreiben, damit da auch kein Fehler kommt. G63 Software ist fertig, wir spielen die jetzt rein und dann messen wir, gucken die Zeiten und ich tippe mal so gute 720 bis 730 PS in der Trin mit dem OPF-Auto. und es wird sehr zügig unterwegs sein. Also, los geht's! So Pipo, los geht's! Die Leistung ist da, so wie es sich anfühlt. Das ist das! 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 Fühlt sich schon nicht schlecht an vom Moment und so, ne? Wie schnell der den Sitz nachstellt, ne? In den Kurven. Der pumpt sich auf. Ist halt ein Sportwagen, Mensch. Gegen die Kurve. Das macht schon Spaß, sag ich ihm. Wie schneidet das Ding eigentlich bei den CW-Werten ab? Nein, ist doch ganz schlecht. Wir wollen es gleich mal her. Weil 40 Sekunden ist schon ein Ort, ich lege mich am Arsch. Der Golf an dir vorbei. Hat das Ding einen Launch Control? Nein. 0 auf 100, 4,21. 100 auf 200, 10,12 Sekunden. Das heißt, 4,5 Sekunden schneller. Von 100 auf 200 wie original. Ist das nicht ne Ansage? Die Haube ist auf. Hat er mir grad gezeigt. Das war so schnell, dass es die Haube aufgemacht hat. Kerle, Kerle, Kerle. Was schätzt du mehr Leistung? 150 PS? Ich denke mal 120 bis 130 PS mehr. 600 haben wir ja Serie gemessen. Ja. Gesundheit. Danke. Wahrheit. In Polen sagt man Wahrheit. Wahrheit. Dass es wahr ist, was ich gesagt habe. Das heißt, wenn du was sagst. Wenn ich jetzt sag, der Pipo hat auf dem Konto eine Million und ich würde niesen. Dann wäre das die Wahrheit. Pipo. 60. Also hat er 120 PS bis 130 PS mehr. Denke ich mal, wenn wir so viel schneller sind. Weil du jetzt genießt hast. Ja, ja. Das werten wir gleich aus. Dann werden wir ja sehen. Ob der Pole recht hat. Ob der Pole recht hat. 60. Ja, das ist halt einfach. Kann ich auch dazu schnell fahren. Gell? Aber so jetzt mit der Stufe 1. Hast du ein bisschen besseren Sound. Blubbert ein bisschen. Und das Überholen ist jetzt auch etwas besser. Weil du natürlich mehr Leistung und mehr Drehmoment zur Verfügung hast. Mir gefällt das. Für den Mann C-Klasse. Stürzt die Sound. So. Ausgangsmessung G63. Nur Software. Nichts weiteres. Nur Software gemacht. So. Ihr seht hier, wir haben 727,9 PS. Und 1012,3 Newtonmeter. Ich würde sagen, das Ding läuft. Weil 100 auf 200 sind wir über 4 Sekunden schneller. Und das ist echt toll. Also man sieht es auch hier. Das gestrichelte war die Serienradleistung. Hier das blaue. Dann haben wir die Serienmotorleistung. Das rote, das gestrichelte. Also wir haben jetzt am Rad mehr wie vorher am Motor. Wir haben eine Radleistung von 653,4 PS. Ja. Das hatten wir vorher nicht mal am Motor. Ja. Also wenn man das Diagramm jetzt hier anschaut, habe ich die maximale Leistung bei Drehzahlende. Das heißt, das Ding marschiert einfach nur nach vorne. Ja. Ich bin sehr zufrieden. Kunda wird sehr zufrieden sein. Weil es macht echt Spaß zum Fahren jetzt. Und ja. Übergeben wir jetzt mal das Auto. Ja. 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 Ja.